Hey! Schöner Nummer! Wir wollten ein paar Videos machen und sagen, warum wir dann auch in einem Klima schlippen. So. Wir wollen jetzt mal sagen, von immer etwas gefragt haben. Was die Menschen, die du bringen hast, dass ich immer gefragt habe, oder etwas bespattern tun? Immer, es wird so, dass du es, was bespattert worden oder immer gefragt hast, wenn die Menschen etwas nicht haben, dass wir nicht genug haben, um den Rahmen, worum du bist. Das passt ganz leicht, dass die Menschen, nicht alle Menschen, aber manche Deutsch haben. Wenn wir nicht kennen, unseren Verständnis, wo es ist, und es fehlt die Leute, nicht gut Deutsch studieren, nicht gut sein und nur sehen, worum du bist, oder wo du das dann, und dort die Leute gerade legen, und dort gehen blaue, so ja, bespattern, und dort bespattern, und manche Menschen mit annehmen, dem, was immer das dann ist, wo sie nicht kennenlernen, dort, äh, über spattern, und unsere Menschen dort auch das dort im Kopf nehmen, und dort denken, wo sie immer lachen, oder wo sie nicht spektaklen, oder wo sie nicht spattern, und damit denken, dort wird so viel passieren, wie das dann. Ich meine, hat gebraucht, wenn alle Leute nicht studieren, immer alle Dinge, die im Kopf nicht wissen, die würden so viel lernen, aber dort nicht passieren, und dort ist so eine Schule, dass dort nicht passieren wird. dort die Leute studieren, und dort die Leute wollten, was dort ist. In Einheitsleben, wo sie immer gespattern, und gespektaklen wird, dort ist, wo mein Amt hier nicht ist. Aber dort steht, wo sie gespattern, links und rechts, in allen Proben, die du bieten zu haben. Und wo die Leute wollen, wenn sie die Leute haben, wenn sie die Leute haben, und sie wollen sie lernen, und sie wollen sie haben. Dann fangen sie an unser Leben an, und solche Menschen, wo sie mit Trinktrübel haben, oder sie wollen sie auf den Pollen sein, sondern es wird nicht natural sein, und es wird dort, die Kinder gelöst werden. Dann wird dort spattern, wegen der Pfing, weil sie nicht haben, dort wird Menschen sehr mutig sein, weil sie gebungen haben. Neben euch steht, wird es so sehr gespattern, und doch, so viele Menschen, von denen auch noch waren, wie heute wird Menschen mit unruhenden Seiden, gerade du, wo dein Amt hier ist, dass du den Sohn von uns abgeworst, und gerade du, wo du erleben hast, und dort unsere Menschen gegeben haben. Immer frech, und immer frech, wird von dort, vernet nur verteilt. Nur ein Mensch geht dir näher, und die haben dir gerade so kalt und hart, und du bespattern, in der unteren Guden mehr haben, und du bespattern. Dort ist nicht bloß so ihr Arsch, sondern auch so ihr Sinn bespattern. Wie in dort Essen steht, wo die Menschen keine Haupttreten, wo die alles keine Anleihen haben, und in Sturzke wird unterdäun, dort ist kein Dollar, bloß so ein neues Ding, und dort über Spektakel, in Essen soll erreich das Ding. Und heute wird, dem Zeit wird aktuell gewaß sein, in der Bege hat dich gekickt, wo die Menschen leeren daun, und so steht, dass in den Medien sind ja auch gewaß, und das hat den Hammer groß gekickt. Von den ersten Sündach, wo auch die Menschen seien daun, wo die beiden seien, und bei den letzten. Die Menschen seien viele Dollar nur geloten, und kicken einem so ihr schaft dich an. Ein großer Unterschied von den ersten Sündach, aber nur, und so ihr grauten. Nun, hier in der Heahen, du und da, du und du und da, dein Leben, ihr Haar, ihr gebt für euch. Wodt meier will wie in dieser Welt. Wodt alles an's kommen hier in dieser Welt, meier was ans Leben, hahngeben für euch. Wenn wir in dieser Hüste drauf gewaß, wie viele Menschen, die das nicht haben können passieren für euch, würden fängig und daut. Wie viele, die das nicht haben können passieren. Wie mi daut. Ein exerkliger Typ gewaß an euch. Alle Schwere und Dinge, die ich nicht eingehen will, ich krieg eine neue Unterstattung mit meinen Videos, aber ich krieg auch eine neue Karte auf anderen, ich verbaut ein Video mehr und was zu mir passiert nicht mit diesen Videos. Aber alle Schwere, die ich nicht kennenlernen, wenn ich dich bewirkt, wenn ich ein neues Neues aufhör. Das würde ich nicht kennenlernen, ich wäre keine Wache. Und was hieß denn, ich habe nur recht für jemanden? Die von Jund, die nachher mal gesagt haben, ich mache nur mit dem Taub sein, nur mit dem Anlag. Bloß nur Taub sein und spazieren. Weil die hatten eine Chance, was die war. Ich will abdunnen, wo mein Antje ist. Ich wollte noch nicht den Datum, wo ich daneben war, aber ich will abdunnen, wenn ich das Leben da war. Dann habe ich ganz geplant, daneben, und das wird in den nächsten paar Monaten passieren. Denn ich kh欄. Ich beschäftige dich, ich gebe dir bin, ich gebe dich nur ein paar Tage dientables an. Ich kenne uns auch alles, Sie directly von Knorr, dem Berliner, dem Mexiko, vom natürlichefonen, von있enden Fall, wenn Sie all die Patienten sind, authentic, weil ich das mit Independence representative auf dich �zt. Ich kann keinmal nicht genug lernen von euch, keinmal. Aber ich will nennen, alles was ich mir im Milchstab, für Vitaminen oder Eten, alles was ich da, das ich unterruft geben. Mein Umge ist du, Ben. Dann ist es, dass du gut genug für mich. Und das ist du mehr als gut für mich. Ich will du auch, Ben. Am Dotzinshofen, da mein Umgewesen in der Welt wissen, dass du auch Fan ist, dass ich in der Städte da. Meier ist 100% in der Städte da. Geht es noch, Meier? Ja oder das. Ich mag die Wäden und alles glaubt, ja oder das. Ich in der Städte da alle Säure, was ich gesehen habe und was ich gelehrt habe von dort, und was ich weiß, was ich tun kann, ich will du nennen. Und wenn jemand mit mir glaubt, jetzt ist der Tät. Ich wünsche euch, wie du den Tät sehr fahler, wie können Säure-Mautig singen, in Säure-Säten und spazieren. Dort würde mir Säure-Schein-Gun Wenn jene Leute sind, die dort schwor haben, und die meisten nicht wollten, haben nachher, dass die einen langen Tät haben, und sogar gestruggelt, dass du bei ihnen erschworen warst, ins Wiedermattentrinken, oder dass die immer nicht ihren Ansatz kennen verstehen, und dass die widengleichen Leute wissen, dass die Dinge sind, bis schworen, schworen, schworen. Leicht alles haben, alles. In dem Kumpen-Mauten steht es geheher. Nur dort steht, wo mein Amt hier ist. Wenn jene Pfunde mal wollen, er konnte ihn dort geben. Wenn jene Befriere, drehe und drehe und drehe, drehe und drehe, und dann später so. Nur da steht, wo wir dort wollen haben. Er war gelegen und allein, und alles dort schworen. Wenn jene Maut sein, mit jene wollte nicht viel Tauk sein, übergeworden, als ich hier singen und frühe es konnte, dass du wotn doll gesungen worden, wer mich interessiert, den Säure. Und da haben sie so schöne Leiterbäger und die wollen wir ausnutzen. Da hat mich wollten, was ich nennen wollte. Ich wollte gleich noch mal nachher sprechen können. Manche Tage, einen Tage mit mir sprechen, wenn ich persönlich habe. Das würde eine große Chance sein, damit sie können. So, was mir nicht schön hat und was mir nicht schlecht hat, wo ich mich verhalten habe. Und meine Videos habe ich mir auch so viele Jahre gelehrt, weil sie mich persönlich kennenlernen. Und ich habe auch eine Schwierigkeit aufgeladen. Und wenn man immer einen Schwierig aufgeladen hat, dann würde ich ihnen danken. Ich würde ihnen danken, wenn die Tage dort zu sein. Soja! Ich wollte ihnen dort in der Zeit sein, dass sie ihnen Geld und alles räumen. Und wenn sie die Kinder haben, sie sagen sie, dass sie eine Kinder haben. Nicht gerade mit ihnen da, wo es unten steht, wo die Kinder haben. Eine Soja-Fähne. Und dann bringen sie die Kinder und die Kinder mit den Älteren herumdrehen. Und dann die Älteren gehen auf einen Apport, der Mann in der Früh. Und dann viele, viele Kloßen reichen da auch. Und wenn sie nicht Kloßen sind, dann wollen wir wieder bieten, speziellen Spüßen und Lachen und Sängen. Die Älteren gehen. Und dann weiß ich nicht, was alles ist. Was soll es sein? Mehr geht ab und kommt. Mehr wird es sein gut mit den Töpsel. So viele von ihnen sagt, über den Fuhren halten. Weg in und weg in. Weil wir mit Ola Töpsel sagen. Das würde bloß in so einer schönen Zeit sein. Verläufig und Ola in der Pfad erhören.